Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, ich begrüße euch zum Oldschool Simulator, mit am Start ist der Zylkruiser. Heyho! Ja, nee, wir spielen hier Heroes in General, natürlich auf deutscher Seite und wir fahren ja, weil ja viele es wünschen, so einen alten deutschen LKW. Ja, mit unserem Opel Blitz hier auf Reisen. Ja, nach langem, ey, ich hab das bestimmt schon fast ein Jahr nicht mehr gezockt. Haben wir uns einfach mal dazu entschieden, bitte aussteigen, wir müssen die Fracht abgeben. Ja, Sir, jawohl, Sir! Ich fliege mir hier gerade noch ein bisschen rum, weil ich gerade rauskomme. Au, au! Die schießen da! Ja, mir ist alles abgekackt gerade hier. So, jetzt bin ich. Weil die ist abgekackt? Naja, nachdem ich sie. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo bist du? Ich bin hinter denen. Oh, deutscher Panzer. Au, 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 au! Ich, hier! Brett vorm Kopf! Oh, meine Güte! Ja, ich mach auch Brett vorm Kopf. Ich muss mal gucken, wenn wir jetzt... Hey, du Russe! Ah, jetzt weiß ich ja warum. Alles klar. Au, scheiß die Wand an. Mich hat ein Russe erschossen. So. Das Gewehr 43 habe ich. Jetzt nehme ich auch auf hier. Jetzt muss mal gucken. Maximus rennt jetzt irgendwo rum. Wo bist du denn jetzt? Wieder gespawnt neu, ne? Naja, ich muss jetzt hinten wieder neu spawnen. Ah, ich guck mal. Warte, ich komm mit meinem Kübelwagen. Ich kann doch auch Fahrzeuge nehmen. Mit dem Kübelwagen kommt er. Alter, hier neben mir explodiert alles. Scheiß die Wand an. Oh, das ist so geil. Hier ist Feind in Sicht. Das ist auf jeden Fall total old school hier. Ja. Alter, da war doch gar noch einer. Alter, hat er mich abgeschossen. Na, warte. Der saß da hinten. Hä? War voll durch in der Wand anpacken, der dumme Sau. Das ist immer dumm, wenn die irgendwo durch die Wände backen. Ja. Naja, wie gesagt, da ist noch... Oh, da ist ein Russenpanzer. Ja, ich hab ne Panzerfaust. Ne, bei dem Soldaten hab ich keine Panzerfaust. Ne, die Panzerfaust, die liegen auf Maps oben. Ne, ich hab auch selber als Soldaten ne Panzerfaust. Ach so, okay. Aber den, den ich jetzt habe, der hat keine. So, Angriff der Russen hier. Das ist voll dumm, da ist er. Oh, mein Auto explodiert. Der schießt mein Fahrzeug kaputt. Au, 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 au. Ich muss mal gucken, wo du bist, ey. Das ist ja immer so unübersichtlich. Aber das weiß nicht, der muss da gelten. Da ist der Deutsche. Ach. Oh, nee. Das wird nur... Ich wollte ne Mine hinlegen. Hier, ich bin hinter dir. Wo ist der? Hier, vor uns. Hier, durchs Fenster. Pass auf, der guckt durchs Fenster. Ach, da bist du erst. Das ist ja ein Fahrzeug. Deswegen Frage. Da ist der Panzer. Scheiße, da kannst du nix machen. Pass auf. Oh, da kommt, da kommt, da kommt der Russe. Ja, ne. Ich hab da voll reingeholzt, aber Panzerfaust hat nicht gereist. Der Russe ist hier oben, über mir. Ja, ich bin eh kaputt. Ich weiß nicht, ob ich durch die Bretter schießen kann. Bim. Du musst dir einfach kein gutes Visier freigeschalten. Das ist ja ein Problem immer bei den ganzen Games. Kein Visier. Komm her, du. Ich weiß nicht, ob ich hier... Mann, was pfeifst du denn, du ganze Zeit, du Arsch? Alter, der Panzer, der ganze Zeit. Bam. Gleich wieder da. Ich höre noch wieder pfeifen hier. Was ist das? Alter, Alter, Alter. Da schießt einer. Der Panzer, ey. Ich muss auf jeden Fall nachher einen anderen... Oh, ist das ein Deutscher? Heimlich gerade erst mal, ja. Au, au, au. Hinter dir, hinter dir. Oh, wie kommt denn denn da rein? Dann hab ich abgeknallt, hab ich. Pass auf, ich muss mal jetzt einen Karabineraffen nehmen. Hab ich auch. Einen Karabiner mit Panzerfaust. Gut, alles klar. Na, das läuft ja super. Das läuft ja einwandfrei. Ich hab noch nicht mal irgen gekillt. So. Hier stand einer, hat geschossen, hab ich erst mal Knarre an den Kopf gehalten. So. So, muss das sein. Abgeknallt. So. So, ich werd mal ein bisschen noch... Alter, du kannst sogar Cockpit-Perspektive machen. Äh, oldschool. Äh, da haben mir alle meine Simulationsfreunde auch wieder ein bisschen Spaß daran. Dass ich hier mal diesen Oldschool-Simulator zeige. So, der Panzertyp hat hier... Hier liegt noch ein bisschen Munition. Hallo. Bist du oben? Nee, ich bin nicht. Nee, nee, nee. Ah, Vorsicht! Ah! Wo war das? Ah, fuck! Der hat durch die Hütte geschossen. Komm, wir gleich wieder. Scheiß, die waren da nicht. Ich hab Angst. Ich komm, wir fahren. Au! Da hat mich der Panzer weggerotzt. Echt? Ganz ehrlich? Komm, da fahren wir... Da fahren wir ein Fahrrad rein. Ich überlege... Du, pass auf. Ich kann Panzer 38 nehmen. Und dann kommst du mit. Ja, mach das. Pass auf. So. Jetzt kommt Maximus mit Panzer an. Wasser. Ja, bin irgendwie drin. Jut, alles klar. Jetzt Panzer-Action angesagt. Jut, jetzt mal ein bisschen Panzer. Da können sie jetzt mal sehen, was hier ein deutscher Panzer macht. Ja, das ist kein deutscher Panzer. Kann ich auch MG schießen? Nee, mach ich. Kann doch nicht... Oh, zeig du mal lieber deinen Driver-Skills. Ja, Driver-Avatar hier. Vor allem, du siehst ja dann nix, wisst ihr. Nee, ich guck nur durch die Kanone. Ich kann gar nix sehen. Du guckst dahin, wo ich hingucke, wa? So. Da vorne ist ein Fahrzeug! Hab ich getroffen? Nee. Ich hab halt nicht so einen guten Radius hier, ne? Oh. Jetzt holen wir Deutschen erstmal unsere Panzer raus. Jetzt können die Russen erstmal sehen, was hier los ist. Was ist denn los? Wo, 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 wo schießt was? Ach, hier! Kann ich so weit drehen? Ich weiß nicht, wo du hinguckst. Ey, da unten siehst du das, äh, Ding? Ja, aber ich kann nicht so weit. Ich hab hier nur vorne. Da vor uns ist einer. Professor, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Ich weiche aus, ich weiche aus. Da hinten ist ein Russen-Panzer-Klubbe. Ich hab grad einer abgeschossen, der oben im Panzer saß. Schön! Schön, schönes Ding, schönes Ding. Da hast du den Fahrrad. Rechts neben uns, rechts neben uns, wo ich ihn zielt. Da ist einer mit der Panzerfaust am Baum. Du bist aber so weit nach hinten gefahren, ich kann nicht mehr drauf schießen. So, da musst du mich ein bisschen einweisen. Wo, welcher Baum? Hier! Siehst du doch, unten wo ich hinguck. Warte mal. Jetzt kann ich nicht mehr hinziehen. Rechts neben uns in einem Abhang, irgendwo hier unten. Dann kommt er ist weg. Oh. So, pass auf. Oh, da vorne. Ich mach mal wieder richtig durch. Du hast ja MG. Ah, ich will hier nicht runterfahren. Was ist denn hier los? Alter, was? Hau doch ab da. Dann fahr er nicht runter. Ist halt so gefährlich, ne? Weil man sieht hier nicht viel, wenn du hier drin bist. Ja. So, ich fahr jetzt gerade aus. Oh, da war ein Panzer, warum mach ich die nicht hier schon schafft. Wo sind sie? Aber dann halt wirklich... Oh, da kommt was. Links. Drehe ich weiter nach links. Ich kann nicht mal gucken. Drehe den Panzer nach links. Weiter. Weiter. Ich muss schießen. Drehe den Panzer nach links. Mann, da war ein feindlicher Panzer. Ja, du kannst doch da trotzdem den Panzer nach links in der Förster-Kette. Aber ich muss doch erstmal zielen. Ja, soll ich dann einfach in eine andere Richtung gucken. Rechtsfeinde. Ja, tot. Ach. Ja, ich kann die Jungs wohin. Ne, du musst den Panzer drehen. Sonst kann ich halt nicht nach vorne. Ich kann nur nach vorne schießen. Das ist halt voll doof. Ja, weil ich nur diesen Panzer habe. Oh. Ja, ich hätte auch zeigen sollen. Einfach hätte mehr Sinn hier gegeben. Ja. Ich habe ja noch mehr Panzer, ja. Aber warum ich nicht den nutzen kann jetzt? Wiss ich auch nicht. Muss ich wahrscheinlich in eine andere Battle gehen. Ja gut, dann machst du und ich komme jetzt noch hoch und unterstütze ich da. Ich fahre mal ein bisschen rum und suche mal die Panzerschützen, die Pios quasi. Genau, ich komme jetzt hinterher und dann tun wir von Weitem irgendwo ein bisschen. Da ist einer im Wald. Ich habe kein Visier, das ist so schlecht. Hier steht ein amerikanischer Jeep. Hier steht ein amerikanischer Jeep. Sniper. Sniper. Was hat der? Der hat das hier. Der ist mein Kübelwagen. Das ist auch wieder Kübelwagen. Das ist der olle Panzer. Ja, was habe ich noch? Ich gucke mal, was hier mit den Sniper ist. Ob ich da spawnen kann mit als Sniper. Wieso habe ich keine Sniper-Waffe? Das hört sich auch herrlich an. Schön in der Aufnahme. Ich habe gar keine Waffe. Scheiß die Wand an, ey. Kommt denen alle her. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Waffe. Hier kann ich mich feilen. Erstmal Rambo mit dem Taschenmesser, Alter. Na, ich gehe jetzt hoch. Alter, hier kommt die haben mir vorweigeheizt mit dem Passag. Nein, ich will nicht mitmachen. So. Ich brauche ein Visier, ey. Der Karabiner hier ist so. Ich gehe mit dem Stein, steuert mich besser mit. So. Au. Das ist so oldschool-mäßig. Oh, ja, mal abgeknallt. Dumme Sauer, ey. Auf der Seite mit der Panzerfaust. So, tot bin ich. Ja, ich war Kiebeng, ey. Vom Russen erschossen. Nee, das... Ich nehme die Waffe. Ich kann mal seine Knitten klauen, ne? Na toll. Ja, kann ich holen, ey. Haben wir gewonnen? Nee. So. Ich habe gerade dem Russen die Waffe geklaut, ne? Guck mal, da war tut, Alter. Ha! Warum willst du denn nicht spawnen, du Missgeburt? Alles klar. Ich habe mit der Waffe Angst, mich selber zu erschießen. Nee, das ist einfach... Da sitzt einer, da sitzt einer, da sitzt einer. Alter, wo zieht die denn hin? Ich drücke ab und dann erstmal eine Mondrakete abgeschossen. Oh, da ist einer. So, da haben wir... Nee, der Hund. Ach du Scheiß. Aber wir haben gleich gewonnen, ne? Ja, die Waffe ist scheiße. Ich klau nie einem Russen seine Waffe, kannst du mit eh nicht umgehen. Ja, so ein russischer Nagant ist aber gar nicht so schlecht. Aber ja... Leiter benutzen, da liege ich schon unten, da habe ich meine Füße gebrochen, ne? Und da kommt die Meldung. Und Leiter benutzen? Der hätte ein Fragezeichen hinterstellen müssen, soll ich nur... Da ist der Fahrrad. Macht einen großen Platz. Ja, Klingeling. Ich weiß immer noch nicht genau, wo man sieht, wo man gewinnt. Alter, da oben explodiert schon wieder der Panzer. Da ist Maximus, Maximus. Nehme ich mit hier, Fahrrad. Alter, geil. Da ist mal Trials, ey. Ich hab jetzt Teil 3 gespielt, ey. Oh, hier geht's auch ab, ey. Like a Flitzeboden. Alter, warum stirbst du denn nicht? Haha, Fickgesicht, abgeknallt. Ja, du Fickgesicht. Oh Gott, da hat die Granate gelandet. Ja. Der, der Dragdoll. Wo bin ich denn, ich hab jetzt auch jeden gekillt. Aber, ja. Den Typen, den du gekillt hast, ist, äh, da hast du. Da bin ich am Tanzen gewesen. Ich hab dann einfach hier so, ne? Hipfeuer abgeschossen. So. Was ist jetzt? Haben wir gewonnen? Ja, man. Wir haben gewonnen. Ja, nice. Alles klar. Äh, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt das so in die Kommentare. Wir machen erstmal einen Fisch. Haut rein, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hahaha. Ha ha!